Also mein Name ist Marius Potz und wir machen Komplettsanierung. Also ich würde die Zusammenarbeit mit A&M jeder Firma eigentlich empfehlen. Die Stimmung finde ich sehr gut und ich habe auch schon ein paar Kontakte noch herstellen können zu anderen Kollegen. Also es ist sehr hilfreich hier alles. Es kam alles sehr solide rüber und deswegen hatte ich keine Befürchtung, dass da irgendwas schief läuft. Besonders spannend fand ich bei dem Vortrag jetzt die Gestaltung der Arbeitslöhne. Mich interessiert einfach, wie es jetzt weitergehen könnte mit der A&M Beratung bezüglich auch dann vielleicht auch nochmal aufstocken mit dem Umsatz und Werbung machen. Wir haben wesentlich mehr Bewerber und wir haben auch schon drei Leute eingestellt und ich hoffe, dass es so weitergeht.